Einsteigen bitte zum Schoko-Stern-Schnuppertrip im Schoko-Alm. Wir beginnen den Schoko-Stern-Schnuppertrip mit Lichtjahresreisen zu Sonderpreisen. Fünf Lichtjahre hin und zurück für läppische 35 Cosmo. Besuche bei Sternbildhauern, Wurmloch-Akrobaten und Besichtigung eines Kometen-Streifenwagens alles inklusive. Soeben ist der Transkosmo-Univers Interbus aus der Erdatmosphäre ausgetreten und nimmt Kurs aufs tiefschwarze Edelbittal. Die intergalaktische Busreiseroute führt zunächst zum Sternbild des Batida de Coco. Hell leuchten die unendlich fernen Ananas-Sterne. Twix und Duplo flackern auf. Rechtsaußen nähern sich Snickers, Mars und Bounty mit den sieben Kokosflockenringen. Der Interbus nimmt nun die Route zwischen dem kleinen Saftbeeren und dem großen Goldbeeren. Die Hitchis blitzen wie eine Diamant-Supernova in der ewig edelbitteren Dunkelheit. Wir genießen die Wellness-Astro-Karamell-Events mit den erstaunlichsten Jasmin-Zucker-Zauber-Degustationen. Wir tauchen ein in nussig-süße Maracuja-Mango-Cassiz-Abenteuer und lassen uns verwöhnen in den Zitronengras-Trüffel-Absinth-Oasen der Leoniden des Quantro. Zum Abschluss unseres Ausflugs ins Schokoall entspannen wir uns in einem Sahnebad mit Chili-Champagner-Ganache-Orangen-Kreationen und treten ein in die bittersüßen Wonnen des Kokosmilch-Trüffel-Elysiums. Untertitelung des ZDF, 2020